Follow, follow to follow. Peace Leute, abonniert, like, Glocke aktiviert. Wir sind in TikTok, Facebook, Instagram. Wenn ihr wollt, folgt uns, dann folgen wir euch. Zurück! Also hier sind wir bei Dona Fels. Hier sind wir bei Dona Fels. Ich spiele gegen sie. Ich spiele gegen Dona Fels und da sind wir mal. Hier sind wir bei Dona Fels. Ich bin 8 Jahre alt und bin auch bei der U8 bei FAC und spiele gegen Dona Fels und dort ist der Tor, wo man reingeht. Dann gehe ich da mal rein. Hallo, wie heißt du? Antonia. Wie fühlst du dich? Gut. Glaubst du, dass du gewinnen wirst? Sicher. Und in welcher U bist du jetzt? O8. Gegen wen wirst du heute eigentlich spielen? Dona Fels. Und? Glaubst du, wirst du ein paar Tore machen? Ja. Wie viele, circa? Drei oder vier. Weiß nicht so genau. Und? Freust du dich schon auf das Match? Ja. Ja. Okay. Antonia wird bald ein Match haben gegen SA Donaufeld und wir werden bald, sie wird bald beginnen und wir drücken ihr die Daumen und hoffen, dass sie Tore schafft und gewinnt. Tschüss. 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 Bitteschön. Ja, wir sind hier im Dona Felsplatz. Wir werden dort ganz vorne erproziert und wir werden gegen Dona Fels spielen. Was sagst du, Alex? Dass wir gewinnen werden, gutes Spiel haben, ein faires und gewinnen werden. Okay. Dass uns die Daumen drückt. Und vergesst nicht, das Video zu liken und wenn ihr neu seid, zu abonnieren. Und ja. Und? FEC hat den Ball Nummer 14. Und Rebelt passt zurück. Passt auf die Seite Nummer 3, schießt und Tor 1-0. Und es steht 1-0 für der FAC. Aber das ist okay. Oh, Longtempo für AC. Der Ball wird eigentlich gebracht. Jetzt kommen wir mal zum Vogelspieler. Oder Stürmer. Oh, Longtempo für AC. Und? Und? Und der Ball. Und? Es geht noch weiter. Und die Chance ist vorbei. So, da fällt es. Nach der Ecke. Also, die Nummer 7. Die zweite Ecke, die wir spielen. Oh. Da kommt ein Konter. Nummer 2. Donafeld. Nummer 8. Und? Lver 10. Läuft. Hey, Leute. 7. Oh. 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 Donafeld macht weiter. Der Brett. Oh, trickst alle aus. Nummer 3. Passt zurück. Der Tor 1-0. Hat den Ball in die Hand. Gibt ihn wieder zurück. Auf die Seite. Passt wieder auf die Seiten. Aber jetzt ist es schon. Passt nach vorne. Nummer 14. Ah. Nur 12 Schuss. Und halten. Und spitzen. Oh, nee. Oh, nee. Helf. Da kommt der Konter von Donafeld. Nummer 14. Oh, nee. Oh, nee. Da wird Adel gespielt. Nummer 14. Und den Ball von der Faxi. Nummer 14. Läuft nach vorne. Antonia. Greift an. Pass für den Mitspieler. Nummer 3. Läuft nach vorne. Pass. Schuss. 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 Und zwar probiert den Ball wegzunehmen. Und fliegt nach vorne. Und zwar passt für den Mitspieler. Donafeld hat den Ball. Ein Wurf für Donafeld. Jetzt hat Faxi den Ball. Jetzt haben wir von der Faxi passt zu dem Mitspieler. Der rechte Mitspieler hat den Ball. Und der Ball ist draußen. Der Ball wird draußen gespielt. Nummer 7. Nummer 7. Dribbelt. Der Leiter. Und wann wird er schießen? Und Antonia. Schießt den Ball raus. Und der Wurf für Donafeld. Der hat den Ball. Und der Ball ist draußen. Und da kommt der Karate-Meister. Pass nach vorne. 5. 05. Ein Konter und Schuss. Und geil. Und weg. Oh. Es ist Halbzeit. Oh, da kommen die wieder. Ich glaube, das war nur eine kurze Pause. Das Spiel geht gleich wieder weiter. Erfasset den Stoß. Erfasset den Ball. Läuft nach vorne. Erfasset den Ball. Erfasset hat jetzt den Ball. Nummer 9. Das ist ein einziger für Erfasset. Erfasset läuft nach vorne. Erfasset läuft auch nach vorne. Erfasset hat den Ball. Erfasset nimmt den Ball weg. Schießt. Und erfasset den Ball. Erfasset nimmt den Ball. Erfasset. Da kommt der Konter. FHC läuft nach vorne. Und er läuft. Und er läuft. Klaus! Oh. 2-0. 2-0. 2-0. Ich geh für FHC. Zurück. Wieder zurück. Das war der Endoppepper. Das war der Endoppepper. Das war das Feuer. Oh. Nein. Und Schuss. Da. Und daneben. Abstoss. Und Schuss. Und der Tonne. Und Schuss. Oh. Und jetzt ist es ein 2-0. Da war ich. 2-0. 1-0. Ich sag noch mal. 2-0. 1-0. 2-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 2-0. Nummer 12 hat den Ball. Nummer 13 hat den Ball. Nummer 11 hat den Ball. Nummer 16 hat den Ball. Nummer 12 hat den Ball. Und der Ball ist draußen. Nummer 11 hat den Ball. Ich lag von vorne. 11 hat den Ball. Und daneben. Nummer 12 hat den Ball. Er verzehrt. Er verzehrt ihn. Und der Tom von Donau fällt. Er verzehrt. Er greift. Er verzehrt den Ball. Und jetzt hat die Nummer 11 Ball. Jetzt aber. Und der Tom von der verzehrten Ball. Und der Fuß hat. Und läuft nach vorne. Pass nach rechts. Und den Schuss. Tor! 1-3 zu 0. 9-0. 4-11. Juno fällt gleich den Ball. Verzehrt ihn wieder nach vorne. Schuss. 4-0. 1-6-0. Whooo! ー! Enfant that? Oh, dann hat er die Kaffee gekauft. Ich weiß nicht, ob er noch einen gestoppt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob er noch einen gestoppt hat. Ich weiß nicht, ob er noch einen gestoppt hat. Ich weiß nicht, ob er noch einen spiel hat. Nimm noch einen Ball, los war nach vorne. Schuss! Da! 15-0! 15-0. Das ist ein... Bitte nicht vergessen. Jetzt geht es weiter. Er hat gehalten. Tor. 1-0 für 14. 6-0. Jetzt ist Paul so. Jetzt ist Paul so. Jetzt ist Paul so. Paul so. Jetzt ist Halbzeit. Er hat die Halbzeit beginnt. Und Donaufeld hat den Ball. Donaufeld schießt. 5-1. Für Donaufeld. Und Donaufeld hat den Ball. Wenn er fünf schießt. Und Donaufeld nimmt den Ball. FAC hat den Ball. FAC passt den Ball. Und die haben den Ball. Jetzt haben wir von der FAC. Nimmt den Ball. Jetzt greift der FAC an. Der FAC hat den Ball. und... PAS ist der Mitspieler. Und... Anton hat den Ball. Anton hat den Ball. N triumphelt. Der FAC hat den Ball weggenommen. Und das hat den Ball. Er verzerrt jetzt wieder den Ball. Nimmt den Ball. Nimmt den Ball. Antonia nimmt den Ball, lauft nach vorne und nimmt den Ball weg. Nummer 14 nimmt den Ball und der Ball ist raus. Nur der Feld hat den Ball und greift an. Und der Ball ist draußen für Donafeld. Nummer 12 wartet und passt. Verzieht. Nummer 5 läuft an und schießt. Antonia hat den Ball und schießt. Und Tor. Antonia hat den Ball gemacht und steht 6. Nein, ja 6 zu 1. Und Anstoß. Antonia ist jetzt Torner. Torfrau. Und 2 zu 6 für Donafeld. Nein, Pfeffer trifft. 2 zu 6 für Donafeld. 2 zu 6 für Donafeld. Passt ganz nach hinten. Nummer 3 nimmt den Ball. Nummer 3 nimmt den Ball. Nummer 14. Nummer 14. Und hier Nummer 12 hat der Ball. Und schießt. Und Stange. Der Ball wird nach hinten. Hier passt wieder. Nummer 5. Und Antonia nimmt den Ball. Passt. Nummer 14. Die 14 sind Nummer 3. Nummer 12. Und zurück zur Nummer 3. Nummer 3 schießt. Und da hin. 12 passt zurück zur Nummer 3. Nummer 3. Und dabei wird die Stopp. Und jetzt wird gerade dann. Ach du mehr. Schießt den Ball hoch. Und Nummer 12. Nummer 4. Schießt. Nummer 4. Und. Die Spieler von Donafeld haben den Ball. und dann fährt sie auch mal. Die Seite. Nummer 4. Schießt. Und. Tor. Schwerer hin. 7 zu 2. Runkel. Wenn der Ball und das ist. Dann fährt dann einfach gar nicht. Der Marco Milch. Der telef pert selbst nimmt. Der fez er hat den Ball. Und er nimmt am Ball. Actually nimmt den Ball. Weil der ihn passt. Und ws... Du alpha 4. Und die ist zu Audience harness auf. W�平t. und Tonja, Nummer 14, Donau fällt, die Nummer 3, Nummer 14 hat den Ball, passt auf die Seite, Nummer 3, Nummer 3 nimmt den Ball an und drückt und der Ball ist hin. Nummer 3, Nummer 8, drückt, passt zurück, Nummer 7 nimmt den Ball an, passt wieder zurück, Nummer 8 und Nummer 14 nimmt den Ball an, Nummer 12 nimmt den Ball und faul, flammes faul. Triss und dann hat den Ball gehalten, fahrt ihr, hat den Ball und läuft alleine nach vorne, passt, Nummer 12 hat den Ball und trickst ihn aus, und vier, fünf und dabei wurde gehalten. Und Tor! 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 Na, das war keine Nacht. So, jetzt geht es noch immer. Und, das war kein Tor. und dann geht es nochioso. Okay setz dr election, bis jetzt... Axelno. Aber es soll ich jetzt zwei pops� combined. Es ist natürlich nicht so einfach, weil wir hier im ersten oben aussteckern... Ich bin das 7 zu 3. 7 zu 3. Für FHC. Bei 14 hat sie ein Tor. Anton hat den Ball. Fünf. Antonia. Niedema 14 hat den Ball. Und schießt. Oh, der Tor hält den Ball. Und er fliegt runter. Da fliegen fast alle runter. Und Foul. Und Freistoß für Donafeld. Freistoß für Donafeld. Und da kommt der Schuss. Und... 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 Und der Tor hält den Ball. Nummer 14. Passt. Nummer 4. Nummer 4 passt nach vorne. Also Nummer 3. Nummer 3. Hinter Bayern. Passt Nummer 14. Nummer 14. Passt zurück. Nummer 4 schießt. Und vor. Achtet zu alt. Und jetzt ist Pause. Und... Stoppt noch den Ball. Vor der Linie. Und der Tormann läuft selbst. Und der Tormann schießt. Und noch Tor. Tor. Tor steht mit 9 zu 3. Und der Tormann schießt. Und noch Tor. Tor steht mit 4. Und der Tormann schießt. 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 Jetzt hat der Timmer von der Fadzi den Ball und Nummer 6 hat den Ball, mal 10, mal 7, mal 10 und Tor. Nummer 11 zu 3 für Fadzi. Nummer 6 und den Ball. An und schießen. Nummer 8. Pass zum 7 und Tor. Nummer 11 zu 3. Nummer 12 zu 3. Und jetzt. Jetzt hat Duna Fadzi den Ball. Duna Fadzi hat den Ball. Jetzt hat er den Fadzi den Ball. Pass zum Mitspieler. Und. Jetzt hat der Fadzi den Ball. Und. Und. Lauf nach vorne. Pass zum 6. 14 zu 3 für Fadzi den Ball. 14 zu 3 für Fadzi den Ball. 1. 21. Fadzi. Fadzi. 1. 12. 15. 15. 16. 17. 16. 2, 2, 1 Was um? Da! 2, 1 Was ist das? Was ist das? Noe! Und das Elfmeterschießen ist zu Ende. Hallo, wie heißt du? Antonia. Wie fühlst du dich? Gut. Glaubst du, dass du gewinnen wirst? Sicher.